Herzlich Willkommen zu Santiago's Adventskalender. Ich bin Carly, Matri kennt mich wahrscheinlich schon. Ich habe 2020 mit Santiago einen gemeinsamen Song namens Wunden veröffentlicht. Genau, und habe heute ein kleines Adventsgedicht für euch vorbereitet. Es lautet Kerzen leuchten still und sacht, Advent bringt uns in die Nacht. Freude, Hoffnung, Herzens sein, möge in dieser Zeit stets bei uns sein. Ich wünsche euch eine schöne Adventszeit, bis ganz bald.